So etwas möchte man auf gar keinen Fall auf der Modellbahn sehen. Schon gar nicht regelmäßig, zumal die Folgen erheblich sind. Nachdem ich zunächst in diesem Video die Vorgänge an einer Booster-Trennstelle generell diskutiere, werde ich die in der Liste aufgeführten Zentralen und Booster in unterschiedlichen Konstellationen betrachten. Neben Anpassungen der Konfigurationen werden als Tools zur Problemlösung das Litwinski-Trennstellenmodul sowie die Märklin-Trennwippe untersucht. In diesem Video geht es um die Stromversorgung auf der Modellbahn, im speziellen im H0-Maßstab. Dabei betrachte ich Booster für das DCC sowie die Märklin-Digitalformate in Verbindung mit Dreileitergleisen. Einige Befunde sind auch auf Zweileitergleise übertragbar. Nicht betrachten werde ich die Stromversorgung mit dem Selectrix-Digitalformat sowie die Rückmeldeformate Railcom und Bidi. Für diese Systeme gibt es spezielle Zentralen und Booster. Alle Aussagen erfolgen ohne eine Haftung oder Gewähr meinerseits. Auch wenn ich mich um eine korrekte Darstellung bemühe, können Fehler enthalten sein, da ich kein Elektroniker bin. Sollte ein Fehler auffallen, bitte ich um einen Hinweis in den Kommentaren. Die Markennamen, die ich verwende, sind natürlich geschützt und ich nutze sie hier nur zur Beschreibung. Mit keinem der Hersteller der gezeigten Produkte besteht eine Kooperation. Auslöser für dieses Video war ein Short des Modellbahnkollegen Emma 73. Bei einer Zugfahrt war ein kurzes Stocken zu sehen, das ich mit dem Überfahren einer Booster-Trennstelle in Verbindung gebracht habe. Er hat dies bestätigt und ein zweites Short mit dem Titel Meine Booster-Übergänge sind nicht perfekt eingestellt. Da ich selber auch zwei Stromkreise auf meiner Anlage betreibe, wo dieses Problem allerdings nicht auftaucht, wollte ich mir das Thema etwas genauer anschauen. Insofern war mein Ansatz, ich baue mir eine Teststrecke, wo es dieses Problem gibt und versuche es dann zu lösen. Im analogen Zeitalter hat man für einen zweiten Gleisabschnitt mit zusätzlicher Stromversorgung einfach einen weiteren Trafo angeschlossen. Die Abschnitte wurden elektrisch getrennt und die Lok fuhr im nächsten Abschnitt mit der am Trafo eingestellten Geschwindigkeit weiter. Die Geschwindigkeit wurde direkt über die angelegte Spannung geregelt. Alternativ war es so möglich, zwei Loks in getrennten Abschnitten unabhängig voneinander zu steuern. Die Trennstelle konnte problemlos überfahren werden, wobei gegebenenfalls zur Anpassung der Phasen der Stecker in der Steckdose einmal umgedreht werden musste. Bei digital gesteuerten Anlagen funktioniert das so nicht. Es würden zwei Digitalsignale mit unterschiedlichen Informationen anliegen, die zu einem Chaos führen würden. Das Digitalsignal der Zentrale wird identisch auch im zweiten Abschnitt benötigt. Dazu wird das Signal des ersten Abschnitts über einen Verstärker, der üblicherweise Booster genannt wird, auch in den zweiten Abschnitt eingespeist. Die Fahrspannung ist bei DCC, Märklin Motorola und MFX Zentralen oder Boostern eine rechteckförmige Wechselspannung. Dies ist unabhängig davon, ob 2- oder 3-Leitergleise eingesetzt werden. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob Zentrale oder Booster mit einem Gleich- oder Wechselstromnetzteil bzw. Trafo versorgt werden. Es wird am Gleisausgang immer eine rechteckförmige Wechselspannung erzeugt. Die Frequenz des Nulldurchgangs ist dabei deutlich höher als die 50 Hz normaler Netzspannung und liegt im Kiloherzbereich. In eine gleichbleibende permanente Rechteckspannung zur Stromversorgung der Loks werden die Steuersignale eingestreut. Die Fahrspannung ist hier nur stilisiert dargestellt. Die Formate sind im Detail durchaus unterschiedlich. Durchgenormte Schnittstellen ist auch eine Kombination unterschiedlicher Fabrikate möglich. Dabei muss allerdings gesondert auf die Rückmeldeprotokolle wie MFX, Railcom oder BIDI geachtet werden, für die es unterschiedliche Standards gibt. So kann im gezeigten Beispiel der Litwinski-Booster zwar das MFX-Signal der Gleisbox in rechten Abschnitt einspeisen, das MFX-Signal der Lok zurück an die Zentrale aber nicht übertragen. Für dieses Beispiel hilft der Booster-Link von TAMS, der allerdings aktuell nicht lieferbar ist. Was passiert eigentlich beim Überfahren einer Booster-Trennstelle? Beim Herstellen eines Kontakts zwischen den beiden Stromkreisen durch Schleifer bzw. bei zwei Leitergleisen durch die Räder fließen aufgrund unterschiedlicher Ausgangsspannungen von Zentrale und Booster Ausgleichsströme. Selbst bei zwei baugleichen Boostern eines Herstellers können durch Bauteiltoleranzen leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen entstehen. Die Ausgleichsströme sind umso größer, je größer der Unterschied die Ausgangsspannung von Zentrale und Booster oder von zwei Boostern ist. Neben Bauteiltoleranzen können auch bauartbedingte Unterschiede zwischen zwei Boostern zu unterschiedlichen Signaldurchlaufzeiten führen, die selbst bei gleicher Spannungshöhe dazu führen können, dass ein Signal positiv und das andere phasenverschoben bereits negativ ist. Bei ungeregelten Boostern hängt die Ausgangsspannung von der Trafospannung sowie auf dem Gleis befindlichen Verbrauchern ab. Insofern sind geregelte Booster zu bevorzugen. Hier wird die Spannung konstant gehalten. Die Dauer des Kurzschlusses kann bei 2- und 3-Leitergleisen sehr unterschiedlich sein. Bei 2-Leitergleisen entsteht eine vergleichsweise nur geringe Kontaktfläche durch die Räder, allerdings durch jeden Radsatz, was bei Fahrzeugen mit mehr als einer Achse mit Stromabnehmer zu langen Überbrückungszeiten führen kann. Bei 3-Leitergleisen erfolgt die Überbrückung durch den Schleifer mit einer größeren Kontaktfläche zu mehreren Mittelleiterkontakten. Aufgrund unterschiedlicher Schleiferlängen kann es hier auch zu fahrzeugbedingten Unterschieden kommen. Noch drastischer wird es, wenn mehrere Schleifer in einem Fahrzeug elektrisch miteinander verbunden sind. Als Folge der Ausgleichsströme zwischen zwei Versorgungseinheiten können verschiedene Probleme auftreten. Dies sind unter anderem Stromspitzen, die die Loks wie von Geisterhand in Bewegung setzen, Störungen der Datenübertragung zum Lok-Decoder, wobei Beleuchtung und Sound ein- oder ausgeschaltet werden und Kurzschlussabschaltungen von Zentrale oder Booster aufgrund zu hoher Stromlast. Empfohlen wird daher, Geräte eines Herstellers und Typs zu verwenden und auch für die Stromversorgung identische Trafos- oder Schaltnetzteile einzusetzen. Ebenso wird empfohlen, auf die Verwendung des internen Boosters einer Zentrale in Kombination mit einem externen Booster zu verzichten und diesen stattdessen für die Steuerung von Zubehör-Decodern zu verwenden. Auch hier könnten sonst gegebenenfalls Unterschiede im Ausgangssignal entstehen. Weiterhin wird empfohlen, die Zahl der Trennstellen so gering wie möglich zu halten. Eine problematische Trennstelle hat nicht nur Auswirkungen auf den Booster, sondern auch auf die Fahrzeugteile, an denen die Überbrückung primär zustande kommt. Durch den beim Kontakt entstehenden Funkenschlag wird, wie hier bereits nach wenigen problematischen Fahrten auf der Teststrecke zu sehen, die Metalloberfläche des Schleifers massiv zerstört. Schauen wir uns nun einige Beispiele in der Praxis an. Bevor es mit den Tests losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Auf der Internetseite von TAMS findet man in der Infothek zwei lesenswerte Beiträge zum Thema Booster. Da ich zur Messung der Gleisspannung kein Oszilloskop oder True-RMS-Multimeter zur Verfügung habe, werde ich die dort gezeigte Schaltung zur Nährungsweisenbestimmung verwenden. Für die hier diskutierten Zusammenhänge reicht dieses Ergebnis. Wenn man die benötigten Teile zusammengesucht hat, ist die Schaltung schnell und günstig auf einer kleinen Lochplatine aufgebaut. Damit es auch etwas zu optimieren gibt, zunächst ein sehr schlechtes Beispiel. Da ist so einiges schiefgelaufen. Schauen wir uns zunächst den Testaufbau im Schema an. Als Zentrale wird eine Redbox-Booster von TAMS mit einer Hand Control 2 eingesetzt. Über die Stecker sind auf der Rückseite 19 Volt Fahrspannung, kein Railcom und die Verwendung als Fahrbooster eingestellt. Als Stromversorgung für den internen Booster habe ich verschiedene Schaltnetzteile mit Gleich- und Wechselspannung ausprobiert. Die besten Ergebnisse habe ich mit dem Märklin-Netzteil 66201 erzielt, das 18 Volt Gleichspannung mit maximal 1 Ampere zur Verfügung stellt. Mit der eingangs gezeigten Gleichrichterschaltung lassen sich am Gleisausgang der Redbox näherungsweise 15,6 Volt bestimmen. Der Booster-Ausgang ist geregelt. Zur Einstellung der Booster-Parameter komme ich gleich bei der Problembehandlung. Für den zweiten Gleisabschnitt verwende ich in dieser Anordnung den Digital-Booster 2 von Litwinski, der von einem Uhlenburg-Trafo mit 15 Volt Wechselspannung versorgt wird. Laut Bedienungsanleitung sollten 16 bis 18 Volt Wechselspannung anliegen. Ohne Verbindung zur Redbox ergibt die Spannungsmessung am Gleisausgang näherungsweise 15,5 Volt. Litwinski macht keine Aussage dazu, ob der Booster geregelt oder ungeregelt ist. Im Internet findet man aber die Angabe, dass er ungeregelt sein soll. Ich habe nur den Mittelleiter getrennt und verwende eine gemeinsame Masse. Die beiden Booster sind über ein 5-poliges Kabel miteinander verbunden. Der Redbox-Booster bietet Einstellmöglichkeiten für das Lockformat, die Kurzschlusspolarität und die Kurzschlussverzögerung. Wenn hier eine positive Polarität eingestellt ist, passiert das eben gezeigte Chaos. Mit der Einstellung DCC-Format und negativer Kurzschlusspolarität sieht es dann ganz anders aus. Schauen wir uns noch den Verlauf der Spannung auf beiden Seiten der Trennstelle an. Obwohl die Lok scheinbar unbeeindruckt über die Trennstelle fährt, sieht man an den Messgeräten deutliche Ausschläge nach unten. Das gilt für beide Booster. Als Abschluss zu dieser Konstellation noch ein Hinweis. TAMS empfiehlt für die Redbox den externen Booster B3, da er genauso wie der interne aufgebaut ist. Wie von mir hier nachgestellt, zeigt Litwinski auf seiner Internetseite im Anschlussbeispiel 1358 den Einsatz des Digital Boosters 4 an einer Märklin Mobile Station 2. Der Digital Booster 4 verfügt neben einer 5-poligen Steckerleiste für Märklin-kompatible Booster auch über einen 3-poligen CDE-Eingang für DCC-Zentralen. Da ich für die Tests einen günstigen DB2-Booster erstanden habe, hilft mir das leider nicht, denn hier gibt es nur eine 5-polige Märklin-Schnittstelle. Für den Anschluss eines DCC-Boosters an den DB2 hat Litwinski einen CDE-Adapter angeboten, der allerdings nicht mehr verfügbar ist. An der 5-poligen Booster-Schnittstelle wird ein sogenanntes TTL-Signal erwartet, das aus dem am CDE-Bus direkt anliegenden Gleissignal generiert werden muss. Ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, ob man das braune und rote Anschlusskabel der Gleisbox auf die dem D&C-Signal entsprechenden Pins der 5-poligen Märklin-Schnittstelle des Litwinski Digital Boosters 2 legen kann. Die Antwort von ChatGPT war, dass dies eine Besonderheit des Litwinski DB2 ist und die Gleisspannung direkt angelegt werden kann. Und siehe da, es funktioniert. Hier aber noch einmal der Hinweis, dass ein Nachbau der gezeigten Schaltungen auf eigene Gefahr erfolgt. Das gleiche Vorgehen funktioniert übrigens auch bei der Märklin Mobile Station 1 mit passender Gleisbox. Dazu der Hinweis, dass die Gleisboxen von MS1 und MS2 nicht kompatibel sind. Das eben gezeigte Vorgehen lässt sich auch auf den DCC-Ausgang der Intellibox Basic von Uhlenbrock übertragen. Mit jeweils einem identischen Uhlenbrock-Trafo an Intellibox Basic und DB2 ist das Überfahren der Trennstelle unproblematisch. Betrachten wir nun noch einmal die problematische Konstellation mit falsch eingestellter Kurzschlusspolarität an der Redbox Booster, um die Lösung für Dreileitergleise mit einer Trennwippe zu testen. Mithilfe der Trennwippe wird die Überbrückung zwischen zwei Boosterkreisen mechanisch verhindert. Der Artikel ist dem Märklin Online Shop sofort verfügbar und kostet aktuell 12 Euro zuzüglich Liefergebühr. Die Verhinderung der elektrischen Verbindung zwischen zwei Fahrsturmkreisen erfolgt durch das Anheben des Schleifers mittels eines an der Trennstelle eingesetzten Kunststoffteils. Der Mittelleiter ist an der Trennstelle weiterhin mit Steckhülsen isoliert. Im Idealfall sieht das dann so aus. Entscheidend für eine ruckelfreie Überfahrt ist dabei die eingestellte Geschwindigkeit sowie die Höhe der Kapazität der Decoderpufferung. Das Thema Pufferung habe ich bereits in einem vorausgegangenen Video besprochen. Wenn der Puffer groß genug ist, wie hier zum Beispiel mit einem Märklin Powerpack, gelingt die Überfahrt auch bei geringer Geschwindigkeit einwandfrei. Insofern ist die Trennwippe eine gute Lösung bei Dreileitergleisen mit problematischen Booster-Trennstellen, bei angepasster Fahrgeschwindigkeit oder ausreichender Pufferung. Die zweite Option für eine systemunabhängige Problemlösung ist das Booster-Trennstellenmodul von Litwinski. Hier ist über ein Umschaltgleis eine vollständige elektrische Trennung von zwei Fahrstromkreisen möglich. Hier Modul kann nur eine Trennstelle überbrückt werden. Litwinski nennt dafür aktuell im Internet einen Preis von 55,90 Euro. Im Handel ist es günstiger. Schauen wir uns die Einbindung etwas genauer an. Getestet wird wieder mit der Anordnung aus TAMS Redbox Booster und Litwinski DB2. Die Stromversorgung des Trennstellenmoduls kann entweder mit 16 bis 18 Volt Wechselspannung oder mit 22 bis 24 Volt Gleichspannung erfolgen. Für den Einsatz des Trennstellenmoduls werden fünf elektrisch voneinander isolierte Gleisabschnitte benötigt. In meinem Beispiel verwende ich wieder die Mittelleitertrennung und eine gemeinsame Masse. Mit dem Modul wäre auch eine vollständige Trennung möglich. Gleiches gilt für den Einsatz von zwei Leitergleisen. An den Abschnitten rechts und links außen liegt jeweils die Fahrspannung von Zentrale und Booster an. Daneben liegt jeweils ein Sensorgleis, das eine Überfahrt detektiert. In der Mitte liegt das Umschaltgleis. Die Eingänge für die Masse werden direkt am Modul alle miteinander verbunden. In der Schemazeichnung sieht die Verkabelung etwas wüst aus, im Original deutlich übersichtlicher. Die Überfahrt erfolgt absolut problemlos. Hörbar ist das Schalten der Relais. Zum Abschluss möchte ich den Aufbau der Stromversorgung meiner Anlage vorstellen, der etwas komplex aussieht, letztlich aber dem gleichen Schema folgt. Wenn wir die Detaillierung zunächst einmal weglassen und die Gleise einzeichnen, wird es deutlicher. Die Zentrale ist bei mir der PC und ich nutze für die Steuerung WinDigipad in der Ausführung 2015. An einem USB-Ausgang hängt die CC-Schnitte des CAN Digitalbahnprojektes, also von CDB Elektronik. Bei nur einem Gleisstromkreis kann hier direkt die Gleisbox von Märklin angeschlossen werden. Sie arbeitet als Booster und erzeugt das Gleissignal, wobei Märklin zur Stromversorgung ein Schaltnetzteil einsetzt. Wenn man einen zweiten Gleisstromkreis über einen zusätzlichen Booster betreiben will, ist zur weiteren Verteilung des Gleissignals ein Startpunktmodul erforderlich. Ich verwende den entsprechenden Booster von CDB mit dem dafür empfohlenen Uhlenbrock-Drafo. So habe ich im Boosterkreis 1 1,9 und im Boosterkreis 2 2,9 Ampere zur Verfügung. Was noch fehlt, um eine MFX-Log in WinDigipad anzumelden, ist eine Mobile Station. Ich habe meine MS-2 kürzlich durch eine MS-WLAN ersetzt, die ich aber nur einschalte, wenn eine Log in WinDigipad angemeldet wird oder ich einen Rangiervorgang direkt an der Anlage händisch ausführen möchte. Schauen wir uns nun das Überfahren der Booster-Trennstelle in dieser Konstellation an. Die beiden Module, Abstellung und Bahnhof Puhlheim, sind über das PC-Bedienpult miteinander verbunden. Der rechts ergänzte Kemperg Dormagen gehört zum Modul Puhlheim und besitzt keine eigene Stromversorgung. Die Trennstelle der Stromkreise ist durch das rote Dreieck markiert. Das dazugehörige Gleisbild sieht dann so aus. Das rechte Modul wird über die Gleisbox und das linke über den CDB-Booster versorgt. CDB gibt in der Beschreibung an, dass beim Überfahren der Trennstelle keinerlei Probleme auftreten. Das schauen wir uns jetzt an. Bin-Digi-Pad zeigt Strom, Spannung und Temperatur der Gleisbox an. Für den CDB-Booster im linken Abschnitt werden nur Statusmeldungen angezeigt, die ich hier weglasse. Am Lockverhalten lässt sich beim Überfahren der Trennstelle keinerlei Reaktion erkennen. Auch die Spannung bleibt konstant. Beim Strom lässt sich ein Peak erkennen, der sich je nach Fahrgeschwindigkeit etwas unterscheidet. Dies kann allerdings auch auf der Trägheit der Anzeige beruhen. Die beiden Booster verwende ich ausschließlich für den Fahrstrom. Wie bereits in einem vorausgegangenen Video beschrieben, nutze ich für die Rückmeldung der S88-Decoder sowie für das Schalten von Weichen, Signalen, Licht, Sound und Tag-Nacht-Steuerung eine separate Zentrale, die ebenfalls in Win-Digi-Pad eingebunden ist. Ich habe in diesem Video versucht, soweit es mir möglich war, Booster und ihre Probleme zu beschreiben. Dabei habe ich mich auf mir zugängliche Geräte beschränkt. Sicherlich ist vieles auch auf andere Konstellationen übertragbar. Bei den Lösungsmöglichkeiten habe ich die Dinge vorgestellt, die ich konkret selber nachvollziehen konnte. Es gibt sicher Punkte, die mir nicht bekannt sind und daher hier fehlen. Gerne können diese in den Kommentaren ergänzt werden. Unbedingt bitte ich um Hinweise in den Kommentaren bei falscher oder unkorrekter Darstellung im Video. Vielen Dank für die Unterstützung diesbezüglich. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich jegliche Haftung ausschließe. Ein Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.